Ja? Scheiße! Was? Brrrr! Es ist frühmals, wir haben schon Frühstück gemacht und ja, ich glaube, ich habe zwar kein Ende für meinen letzten Vlog gehabt, aber dafür habe ich einen Anfang für meinen neuen Vlog. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Deswegen, gehen wir jetzt erstmal zum Frühstückstisch. Sind alle so gut gelaunt. Ich weiß es nicht. Was hast du denn da? Was isst du denn da? Trinkst du? Oh, das sieht ja mal wieder blendend aus, muss man sagen. YouTuber? Ist hier so? Pizza! 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 Hey! Pizza! Wie ihr seht, sind wir eben gerade bei den Sternchen unterwegs. Zieht nett aus, würde ich mal sagen. Aber die Hitze, es ist so warm. Es ist nicht zu warm. Du bist fishermen. U Stroh falast! Werfen sie einener der células, denn du bist ohnenitier? Wie meinst gab? In sola Rachen? Wegen Evangelium, Wir sind alle. Über die HimmNEY! Wir sitzen. Dalance 그 war ein, da zu económischem, und wo ja... Koala! Musik Fast so wie bei Tageslicht Musik Ich sehe es echt ziemlich gut Ja, sehr hell Hallo, wir sind eben gerade nachts mit Sonnenbrille unterwegs, weil wir sind eben gerade am Center Monica Pier Da hinten seht ihr Pier Ja, da habe ich immer Sonnenbrille, wenn wir am Center Monica Pier sind, weil ich war ja schon so oft Pier Pier Ich bin ein Babacan Ach himmlisch Die Schreie Machst du eigentlich Videos oder? Ja, Videos Das kannst du gerne erzählen. Guten Morgen. Ach stimmt, ich muss an den Anfang meines Festlegs. Hallo, heute ist der XYZ-Tag. Wir gehen eben gerade in den Kühlschrank. Gibt es hier jetzt wieder? So, wir sind eben gerade zum ersten Mal in der Mall und gehen jetzt shoppen. Ich glaube, wir Mädels sind super. Endlich gehen wir shoppen! Im Outlet sogar. Im Outlet. Such die. Shopping, 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 Shopping. Ich habe jetzt noch nichts gekauft und die Jungs waren immer nur so ein random Leben. Und dann geht es gleich ab. Wir gehen gerade in The Grooves. Hab ich so richtig ausgesprochen, ne? Groves. Also Groves. Okay, wir grooven leider nicht ab. Leider keinen Grooven. Aber ich bin nicht scharf. Ja. Boah, Fabi, weiter so. Ja, sehr gut. Rechts, links. Boah. Mega, mega. Und das Seil bringt es nochmal so richtig in Szene. Ach so das Ladekabel. Wow. Sehr gut. Danke. Eigentlich wolltest du Model werden, habe ich gehört. Ich wollte eigentlich Model werden. Ich hätte auch das Zeug dazu gehabt. Jetzt bin ich YouTuber. Das ist echt eine coole Sache. Ja. Ja. Schönen. Schönen. Same Mitchell, sage ich nur. Mega Fan anscheinend. Alle hier. Ja, same Mitchell. Man sieht aber lange gar nichts. Habs leider nicht erwischt. Geschafft. Sie zu. Ich sag nur, dass es war Leute, die eindeutig Fans sind. Ja. Definitiv. Und Launcher Fans hier. Aber wir werden gerade rausziehen. Ja. War aber auch klar. Aber wir stellen uns auch nicht an. Aber ich kann euch sagen, Shane Mitchell ist wunderschön. Die hat es wirklich sehr, sehr schön. Und ich glaube, sie hat sich einen kleinen Traum erfüllt, oder? Ja. Die ist sehr schön, ne? Ja, sie ist mega hübsch. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz erklären. Wir waren eben gerade in der Buchhaltung, wie ihr seht. Die Fans haben mich angegriffen. Ich konnte es nicht überlegen, meine Haare. Sorry. Und wir haben Shane Mitchell gesehen. Ian Harding sollte auch kommen. War nicht hier. Keine Ahnung. Der kommt bestimmt noch. Meinst du? Wir sind jetzt wieder Richtung Hollywood Boulevard gefahren. Und sind jetzt wieder in diesen Theatern. Und es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Von den Lichtern. Ja, es gibt sehr viel zu sehen. Ich hoffe, ich zeige euch so viel, wie es geht. Und ja, ich bin leider keine so gute Vloggerin. Aber ich hoffe, das nimmt sie mir nicht so gut. Ich glaube, wir haben sehr viel gekauft. Und wollt ihr eventuell ein Haar sehen? So ein Haar? Mit dieser Frage verabschiede ich mich von meinem Blog. Und oben rechts verlinke ich euch meinen letzten Blog. Unten links seht ihr die Eklige-Boden-Challenge von Sandy Dynamite und den Grishi Studios. Ich muss sagen, ich habe echt gelacht. Von daher schaut da unbedingt vorbei. Vergesst nicht, alle unsere Ulympics-Kanäle, also alle, die jetzt mitgeflogen sind bei der Reise, zu abonnieren. Denn in den nächsten Wochen werden noch ganz, ganz viele Videos folgen. Von daher bis bald. Ciao. Ciao.